ja so kommt zurück bei wenn wir kommen zwei, ich bin Seul, Mike Mellenfan und ich bin wieder nicht alleine, denn wir haben noch jemanden in Frederic Hallo! Genau! und ihr habt ja wahrscheinlich schon gesehen er hatte auch schon einen Kanal und er spielt gerade Portal deshalb würde ich, mache ich hier irgendwo auf dem Spiel einen Link dass ihr dann auf seinen Kanal zugreifen könnt und abonnieren bitte! Das ist ein bisschen Werbung! Also ich würde mich echt freuen wenn ihr ihn abonnieren würdet Ja, ich auch! Gott, wo geht's denn oben? So, wollen wir mal gucken, was haben wir hier schönes Tonnenleiter, Kisten Tür, Kister noch mehr Leiter, Kisten Schrank So unfähig Du musst noch üben, würde ich sagen Schrank Was runter? Nein, da geht's nicht runter, glaub ich Aber der geht hoch! Kommst noch hoch? Nee Das ist ja nicht der Gasse Jetzt nicht weiter Ach, ja Und ich da noch Boah, in den letzten bisschen den ganzen Scheiß Sand Kaputt 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 Yeah Das ist ein Loch in der Denke Schieß hoch, dann wissen wir, dass du da bist Ach nee Das sollen sie ja nicht wissen sonst sterbe ich weil sie dann wissen, wo ich bin Oh, eine Katzin Hey, die Waffe hatte ich gar nicht Psst Ich bin gespannt Döme Du 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 Döme Ok, das ist so Hallo Ja, genau. Du wirst verstehen, das klar. Naja, diese Operation Aurora. Ich glaube, ich habe einen Teil davon gefunden. Ja, ja. Was? Was? Ja, Baby! Das gibt mir der Vogel! Aber jetzt kannst du uns sehen, dass ich das hatte gescheitert wollen! Ja. Oh. Offenbar wussten wir schon... 1943, dass die Japaner Skala technologisch ist. Oh. Die Operation Aurora war eine Hilfsmannung. Wir schickten die Jungs in den sicheren Tod. Alle! White! Faraday! White! Wo ist nicht? Ja. Die wussten genau, wie viel Verlust es geben würde. Dass sie wollen wissen, was die Waffe kann. Warte! Was? Ach du heilige Scheiße! SF 107... Was? 9? Was ist das? Was? 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 No one gets left behind. Okay, und schon haben wir dieses Level erfolgreich gemeistert. Das war doch spannend. Ja, würde ich sagen. Ja, das sollte eigentlich, glaube ich, nur für die Geschichte so eingebracht werden. Was? Dass wir da drei Meter laufen, zwei Fässer zerschießen. So sieht's aus. Ah, klar. Sag mal Objekte Null. Ach man, die ist ja langweilig. Mann. Vier Funkschlitzer. Ja, aber ich finde ihn irgendwie. Bekloppt dafür. Bekloppt. 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 Mann, und die ganze Zeit dauern immer so lange, ey. Oh, guck mal, dein Handy. Oh, mein Handy. Mein Handy. Mein Handy. Was sagt mein Handy? Hallo, Handy. Mein Handy sagt U-U-U-L-R-Ü-O-U-O-Dollar-A-K-P-M-G-W-J-A-W-J-M. Okay. Zum Glück ist das jetzt vorbei. Okay. Hat das sich rasiert? Ich tue das? Jupp. Der Lieben nach Norden muss der Deguar als Zitter für uns zu verschwinden. Dann hat es auch fast geschafft. Seht mir heute schon mal aus, oder? Ja, aber so ist das schon immer. Schon vergessen? Troja, vier Legner. Rauch! Troja! Wie ihr jetzt? Troja, Bücher! Was zählt ist, dass der Degar und Schnitz in One-A-Reaks? Ja. Aber irgendwas an dem Kerl. Das ist eine Person, dass du da rausfinden kannst. Er ist ein Spion. Das macht keinen Sinn. Der Degar und Schnitz in One-A-Reaks? Uff! Wie ihr vorliegt, Bruder? Wir haben schon falscher Zeitpunkt für Hinter! Was aber? Los! Absolut! Neuuuuuun! Alter, was machst du denn für eine Action? Bist du? Ah! Was? Was soll ich machen? Oh! Eine Pistole! Du sollst eine Lichtung finden zum Land, Depp! Oh, das war falsch! Gott, nur noch eine Pistole! Oh mein Gott! Wow! Okay! Hast du dieses Ding jetzt gerettet? Ja, ich glaub schon, ich bin da rausgesprungen und hab Action mal! Volltipp! Wer schießt denn doch einfach so auf Helikopter? Ohne zu fragen! Unglaublich, oder? Oh! War da einer? Oder bin ich bekloppt? Ach, schütze! Bin ich bekloppt? Ich hör doch was! Lassen aus! Sieht nicht gut aus! Sieht nicht gut aus! Es sind mehrere Häuser! Okay, ich hab Angst! Wer hat Angst, Leute! Da vielleicht links hinter dir! Da wird doch geschossen! Hört sich an die Schießübung! Okay, Moment, das checke ich mal! Aber hier sind irgendwo Waffen! Okay! Nee! Da liegt aber noch eine Waffe hier oben! Naja, Moment! Ah! Was soll denn das? Was soll das? Das ist ja nicht! Okay! Ja! Du Heiliger! Okay! Snipen muss ich jetzt! Links von der Straße! Links von der Straße? Erwischt. Ach man, den hab ich nicht getroffen. Was? Da spritzt doch Blut! Hast du das selber gesehen, oder? Hast du ihn am Arm getroffen. Reicht das nicht? Verdammt, ich muss nachladen. Ich bin rückenfrei! Nimm das rechte Fenster, nimm das rechte Fenster. Dann kommst du besser. Scheiße. Er bewegt sich. Ah. So. Uff. Scheiße, doch. Uff. Uff. Alter. Das war ein knappes Ding. Wo ist dein Kumpel hin? Der ist irgendwo... Uah. Alter. Da ist er. Ah, er wischt. Oh. Ich muss aus dem Haus raus. Runter, runter. Der muss sehen. Er bleibt stehen. Er soll stehen bleiben. Getroffen. Das ist wie mit dem Venusfall. Oh. Ich soll wieder rein. Ach so. Das nächste Haus rein. Okay, das... Wow. Was hast du denn für einen Kick, ey? Den will ich lernen. Ah. Er schießt da. Alter. Nicht cool. Ach. Er wischt. Autsch. Er wischt. Nachladen. Oh, ey. Oh, c4. Immer gut. Nein! Mann, naja. Das ist ja echt anstrengend hier. Ja, das... Ja, das... Ja, wir reden gerade wahrscheinlich nicht zu viel. Ich bin gerade total konzentriert. Ah. Ein bisschen hart. Ja, das war ein Lob gerade nur für dich, ey. Danke schön. Was denn? Oh Gott, ein Panzer. Das wird ja lustig. Hast du wegsnipen? Nee. Warum darf man sowas hier? Getroffen. Oh Mann. Ah. Autsch. 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 Scheiße. Ich brauche meine Pistole. PISTOLE! Oder ich nehme einfach mal seine Waffe. Verdammt, zu tief wahrscheinlich gezielt. Au. Ah. 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 Action Move. Uff. Sollte endlich es gehen? Ich? Nee. Aber es regeneriert sich ständig. Von alleine. Ah. So. Zerstört? Halleluja. Missionsziele reicht, Alter. Boah. Ja, mal sehen. Ja, mal sehen. Aber bevor wir das sehen, muss erst mal hier irgendwie rauskommen. Hallo? Ist das bei dir? Bravo 2. Hier, Bravo 2 Action. Hört ihr mich? Das? 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 Okay. Hallo, ich wein dir. Wir sind beide auf dem Weg. Ich wiederhole. Bravo 2. Hier, Bravo 2 Action. Hört ihr mich? Das? Kannst du nicht? Ach-h-h-h. Ich hab' nicht, aber ich hab' nicht. Eine kleine Karte miter. Ha-h-h. Kackau-n-damp. Ha-h-h. Ha-h-h. Halt doch mal die Klappe. Ha-ha-ha. Ha-h-h. Kommt, wir achten uns mal auf unser Karma. Kommt, Leute, alle auf den Bildschirm. Setzt euch hin und achtet auf eurer Karma-aaaaaaaaa. Und macht nicht so ein Drama-aaaaaaa. ich versuche noch ein bisschen weiter aufzunehmen vielleicht wenn der nächste Speicher kommt und kommen dann kann ich aufhören ach man, du läufst so langsam, was ist los mit dir? oh ich verstehst du jetzt warum er langsam läuft? ja ich verstehe, wow, sie snipe mir ich habe das getroffen zweimal aber noch eine Shotgun die macht's auch ich würde noch reingehen jetzt los echt? ich würde doch lieber da hinten hingehen ah, renn renn malo, renn, schneller 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 wiii hoffentlich kommt jetzt hier oh, ok gut, gucken wir uns das noch an, dann wird wahrscheinlich gespeichert nochmal go n n n n n n n n n Das geht nicht. Oder wissen Sie, das ist ein Gemisch. Jetzt sagten Sie nicht, Sie müssen nicht was auf dem Schiff fahren. Ja, aber du, schieb das weg einfach her. Wir haben keine Zeit für die Silke. Die Fahrt muss ruhig einsetzen. Die haben sich nur getaten. Und die Fahrt hat verdammt schon. Was machen wir jetzt? Kann ich Ihnen mal was sagen, Hänger? Nein. Aber für mich wäre es Zeit, einen scheiß Liberalen zu retten, der zufällig mein Freund ist. Er gilt dieses einmal. Also, Amerikaner, Leute. Wisst ihr, Amerikaner ist einfach... Es gibt nichts Besseres als Amerikaner. Gibt's einfach nicht. Okay, ich mach mir mal hier kurz einen Schritt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir spielen. Battlefield Badcom News 2. Bis dann!